Auf jeden Fall möchten wir uns bedanken mit einem ganz besonderen Song. Und zwar ist der stimmlich für mich heute besonders gut lösbar. Wir waren nämlich gestern Abend in einer Brauerei in Kreuz und da war unsere Garderobe in dem Teil untergebracht, wo die ihre historischen Produkte aufbewahrt haben. Und ich habe gestern nach der Show ein Pilsator Abfüllung 1963 getrunken. Das war mehr als eins. Ja, ab dem 5. habe ich auch das Problem nicht mehr geschmeckt. Auf jeden Fall hatte ich heute früh eine ganz komische Stimme, die kann ich ja jetzt nochmal nutzen. Und zwar ein Song von Seth Smully Armstrong, What a Wonderful World. To economic zusammenbs τους. Okay. Ich bin zu einem Toll aus dem Robe songer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020